So meine Lieben, hier bin ich wieder. Hier habe ich in der letzten Folge aufgehört und hat mir zwei, glaube ich, Fähigkeiten geholt, die ich jetzt mal ausnahmsweise nicht verraten möchte. Man wird es dann irgendwann mal sehen. Die Wasserfälle höre ich so gut wie gar nicht. Hm, okay. Hau, jippie. So. Und jetzt ist da was? Nö. Doch, da ist was. Jetzt können wir ein paar Sachen wieder einsammeln. Wir haben links, wo es weitergeht. Hier geht es ein bisschen weiter. Okay, und ein Fähigkeitspunkt mal wieder. Ey, geil. Was heißt mal wieder? Also, ne, wieder ein. Und wir haben wieder was zum angucken. 50% erst. Einsturz. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. Okay. 50%? Das ist davon 100, so die Hälfte, ne? Ja. So ungefähr. Fertig mal. Okay, und hepp. Na ja, da hatte ich ja vorhin, also was heißt vorhin? Sie steht nach, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Alter. Also da hatte ich ja beim letzten Mal recht, wo ich gesagt habe, ich habe da eben sowas wie Räder drehen gehört, aber... Du heilige. Wer baut denn sowas? Na ja, gut, sind zwar keine Räder, aber... Ja, da können wir uns festhalten und dann drehen die sich und dann... Ach du heilige. Na, das kann ja was werden. Wie oft sterben wir da? Fünfmal? Oh je, muss man erst mal da wieder gucken, wie das alles so knuckelt. Gut. Ähm... Können wir hier hoch? Nope. Aber da geht's ja auch nicht hoch. Ah... Aha... 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 Nein? Ähm... Nein, ich will kein... Gewehr, ich will... Was wir haben? Hm. Das ist echt ne bunte Frage. Wie komm ich da weiter? Weil von hier aus kann man nicht hoch. Ähm. Puh. Nee da können wir auch nicht rüber. Nein. Wir können uns da nicht festhalten. Ähm. Hm. Hm. Also. Ich komm hier hoch und. Was können wir hier machen? Weil hier geht es ja nicht weiter. Hm. Ähm. Da kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir nirgends hoch. Merkwürdig. Und überall ist es gesperrt. Ähm. Ähm. Festhalten können wir uns da nicht. Nee. Nee. Und da komme ich nicht rüber. Und hier ist ja auch nichts mehr. Seltsam. Und da kommen wir ja auch nirgends hoch. Ähm. 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 Aua. Boah. Hier kommen wir ja auch nirgends hoch. Nein. Merkwürdig. Nee. Auch nicht. Es bleibt doch nur dieser eine Weg. Das ist echt seltsam. Nee. Ist das jetzt komisch, weil... Nee. Da kann ich mich auch nirgends festhalten. Nee, geht nicht. Hä? Wo kann ich mich denn da noch festhalten? Das ist ja komisch. Nee. Äh. Äh. Was? Kann da nicht rund auf die andere Ebene und dann... Bist du weg. So. Was machen wir? Da können wir uns doch nicht festhalten. Hier können wir nicht rüber. Und hier geht es auch nicht weiter. Nur bis hier kommen wir rund und weiter geht es nicht. Merkwürdig. Asperger. Kann doch nicht wahr sein. Nö. Das Ding bewegt sich zwar, aber das reicht nicht. Das bringt ja nicht viel. Die Frage ist, wie kann man den sozusagen ausfahren? Es sind zwei, die sich bewegen. Die bewegen sich nur so. Ich komme da unten nicht lang, ich komme hier oben nicht lang. Ich muss da was machen mit den Dingern, aber sonst anderes kann ich da nicht bewegen. Fände ich komisch, dass das nur da geht. Und dann gehen die schmuck einmal kurz hoch und dann. Aber warum gehen die nicht weiter? Warum kann man die nicht noch weiter ausfahren? Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich da weiter? Ich bewege die Dinger, aber ich kann nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da ist offen, aber da bringt es auch nichts. Hmm? Sonst habe ich nirgends wohl eine Möglichkeit, einen Pfeil rein zu pfeffern. das ist schon seltsam wie wird das gemacht damit das ding da hochkommt wieso geht das nicht ich habe da keine ahnung ich muss mir das mal vom spiel irgendwie erklären lassen oder was ich habe da keine ahnung ich mache das mal auf einfach mal abgucken warum kann man nicht da nicht festhalten das ist doch blöd aber so wird er auch nicht gesagt man die sagt nichts gibt es doch nicht wir müssen da oben hin ja aber wie kommen wir da hoch ich verstehe es nicht so wird er nur angezeigt wo ich hin muss wenn ich das da unten mal sehen wie das ist da haben wir eine steinwand merke wirklich blaue wand gelbe wand was machen wir da ok freunde bevor ich euch nochmal 10 15 überlege bleibe ich erstmal hier stehen mache ich mal eine folgen pause und überleg mal über guck mal versuche irgendwie verschiedene sachen ich glaube nicht dass hier draußen noch was ist und und ich glaube auch nichts mehr aber ich werde mich erstmal hier ein bisschen glaube nicht dass ich da rüber kann ne geht auch nicht gut ich muss mal verschiedene sachen ausprobieren mal gucken ob ich irgendwo weiter kommen bis in dieser folge sage ich dann bei bei bei